Uuuuund jetzt! Oh! Aua! Also im Gegensatz zum Film Zum Alice im Wunderland Film Ist das hier Nicht gerade schön Kann man mal sagen Dann müsste es weitergehen Gibt es hier noch irgendwas? Ach Leben Und etwas zum Schrumpfen Ah! Eine Flasche Keine Ahnung was ich damit machen kann Die sehen aber auch nicht besonders Nett aus Okay Damit kann man offensichtlich Nichts machen Ach! Oh! 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 Okay! Da muss ich noch ein bisschen üben Oh! Oh! Ja! Wo man kein ist kann man da nicht sagen Wie schade Ah! Oh! Ähm ja! Dann haben wir unser rösiges Leben wieder aufgefüllt Und noch zwei Zähne Hallo Hallo! Oh! Ich habe den gar nicht geköpft Ja! Natürlich! Irgendwie sieht sie jetzt in dem Kleid nicht so ganz so nett aus Wie davor Hm! Ich spiele sowieso ziemlich schräg Ziemlich ziemlich Hm? Hm? Okay, gegen Einzelne können diese Geschirrle nicht ausrichten Also Geschirrle können Nein! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hasse es Wisst ihr es? Ah! Geht doch Ich hoffe ihr merkt das jetzt nicht so so krass wie ich das merke Aber bei mir macht sich so alle 10 Minuten einmal richtig schöner Hallo? Also es macht sich richtig schön Oh cool! So richtig schön bemerkbar dass einmal mein Aufnahmeprogramm abstürzt und dann genau genau jetzt Irgendwie das ganze nicht neu machen möchte Mach! Schön Ich weiß nicht warum das so ist aber ich hoffe ihr werdet die Aufnahme trotzdem bekommen nicht dass ich irgendwie nachher Ähm Okay also viel kann ich hier nicht machen Schade ich dachte ich könnte noch zusätzlich irgendwie auf dem zweiten Speicherstand Speichern So Wuhu! Wow! Da oben Boah das gibt es doch nicht Was ist denn jetzt los? Mach weiter ich möchte weiterspielen Aua! Aua! Na? Wow! Nein! Ja ich möchte fortfahren aber mein erster großer Mein erster großer Kampf und ich werde direkt Rücksichtslos Oh! Hallo? Oh! Hallo! 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 Hallo. Weg hier. Ich möchte weg. Gut. Immerhin habe ich den Kampf. Bestanden. So. Leben. Gib mir Leben. Gib mir Leben. Und dann werde ich hier mal kurz. Der hinten ist auch nichts mehr. Ne. Dann werde ich hier mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Und gucken was da. Ach. Und gucken was da los ist. Also bis gleich. Tschüss. Und da sind wir wieder. Ich hoffe es klappt diesmal besser. Okay. Gegen den kann ich offensichtlich nichts ausrichten. Wow. Na komm raus. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Okay. So langsam. Aber ich hoffe nicht raus. Ach, dreh dich und sammle die Rose ein. Ich brauche Leben. So, ist der da oben immer noch da? Nein. Aber ich habe gerade eine Schweineschnauze gehört. Oder? Hört ihr es auch? Klein. Keine Ahnung. Doch. Doch, ich höre sie ganz steuflich. Hier muss ich irgendwo sein. Oh, keine Ahnung. Warte mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die ist. Schade. Warte mal. Ich muss jetzt da hin. Okay. Ich habe sie doch richtig gehört. Schön zu wissen. Da habe ich mir meine Belohnung bekommen. Eine 300. Mein Herz ist offen, Alice. Nie verschlossen. Nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Diener. Dann. Ich schade. Schade. Ja. 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 Vielen Dank.